Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen zurück und oder neu auf meinem Kanal. Mein Name ist Corrie und ich habe heute Badesalz für euch. Einmal mit Zitrone, das ist belebend und erfrischend und einmal mit Lavendel, das ist entspannend für den Abend. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch gleich im Anschluss. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.